Was ist die Art und Weise, wie das Kollektor ist? Drei Jahre am Kollektor in Säckau liegen hinter mir. Der Abschluss ist quasi soeben gemacht und es geht idealerweise ganz normal weiter. Aber es sind drei Jahre in wirkliche Erfahrungen dazugekommen, wo ich sagen muss, ich möchte diese Erfahrungen nicht missen. Das ist die Art und Weise, wie das Kollektor uns Wissen vermittelt hat, uns Erfahrung ermöglicht hat. Das ist der Austausch unter den Studenten, die das Kollektor bereichert. Das ist auch der Platz, was ganz Besonderes ist. Und es ist der Inbegriff vom selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lernen, was da gelebt wird. Und ich bin froh, dass ich diese Lernerfahrung noch machen habe dürfen, weil aus meiner Schulzeit habe ich ein bisschen was anderes mitgenommen. Und darum bin ich froh, dass mir diese Freude am Lernen nicht ganz gekappt wurde, sondern dass mir ein bisschen was überblieben ist. Und dass jetzt die Freude am Lernen auf jeden Fall größer ist, wie ich angefangen habe beim Kollektor. Und auch diese wissenschaftliche Arbeit hat mir sehr viel freigemacht. Und ich wünsche allen Studierenden, die da sind oder die daherkommen, dass sie diesen Erfahrungsweg gehen können, ihn genießen können und was daraus machen. Danke dem Team da am Kollekt, danke dem Staff und dem Ort. Ich möchte diesen Platz und diese Erfahrung nicht mehr missen. Dann sagte mir, bei Ihnen noch einmal ein paar Minuten auf jeden Fall zu verhören. Vielleicht wird nur noch mal ein paar Minuten, aber ich möchte mich noch mal an wissen. Ich möchte diesen Platz um ein wenig geöffnet. Und das war der Fall der Fall, und wir werden das in der Fall zu sehen. Ich möchte mich auch mal an innovative, dass wir das in der Fall der Fall sehen, Untertitelung des ZDF, 2020